Hallo ihr Gwerlinge, Drinkiel und seine Gefährten sind immer noch an der Hütte der Zoomfax unterwegs, hier ist aber auch Halligalli, also ehrlich. Hier gibt es richtig viel zu tun und zu sehen und zu machen. Zuletzt ein Dickicht voller Gift-Hodax. War nicht so schön. Amiri ist an der Stelle des Todes. Aber, naja, den Zustand kennen wir ja. Achso, der war ein Ghul, richtig. Ich habe ja einen Ghul entdeckt, mit dem man erstaunlicherweise reden kann. Das finde ich komisch, aber wir schauen mal. Wird doch nicht der Kleine sein, ey. Das ist ein ausgewachsener Mann. Ghul, ein toter Mann, torkelt auf dich zu. In seiner Brust klafft ein Loch und durch Risse in seinem verfaulten Fleisch erkennst du das Weiß von Knochen. Er spricht mit einem stockenden und gurgelnden Röcheln. Lebendes Wesen. Ich will dir nichts tun. Hilf mir. Wer bist du? Ach, das ist Dorsey. Ach, du meine Güte. Ich war. Ich hatte einen Namen. Dorsey. Hatte eine Braut. Jetzt bin ich ein Niemand und allein. Weniger als ein Niemand. Was ist mit dem Dorf passiert? Der Mann stöhnt und du siehst, wie seine Hände zucken und sich zu Fäusten ballen. Feenwesen. Verfluchte Feenwesen. Haben alle getötet. Jeden Einzelnen. Hasse. Hasse sie alle. Hasse die Feenwesen. Hasse den Dorfvorsteher. Warum hast du die Feenwesen so sehr? Die verfaulten Hände des Untoten vergraben sich in dem riesigen Loch in seiner Brust. Die Feenwesen. Sie haben meine Braut gestohlen. Sie haben sie getötet. Sie haben mich getötet. Das ganze Dorf. Und den Dorfvorsteher. Diesen Bastard. Er hat ihnen geholfen. Hat seine eigene Tochter an die Feenwesen verkauft. Nütha. Meine Liebste. Böse. Sie alle. Oh, wie ich sie hatte. Wie kann ich dir helfen? Erstmal fragen. Die Geschichte kennen wir ja grundsätzlich schon. Die Feenwesen sagten, ich finde meine ewige Ruhe, wenn zwei Münzen meine Augenlider ersetzen. Was? Wenn zwei Münzen meine Augenlider ersetzen. Gib mir nur zwei Münzen. Ähm. Babababa. Ach so, jetzt kann ich den auch irgendwie weg. Also kann ich mich entscheiden, wen ich hier erlöse oder was. Wir haben einige Münzen auf dem Grund des Brunnens gefunden. Hier, sieh sie dir an. Der tote Mann beginnt zu zittern. Ob er lautlos lacht oder weint, kannst du nicht sagen. Ja. Dort, ich sehe. Er deutet auf die beiden Münzen. Die da. Gib mir. Die da. Ich mach erstmal gar nichts. Hast du Wilbur und Kalitrops ja verflucht? Verflucht. 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 Wusste nicht. Hielt es für eine Legende. Ich wusste nicht, dass es funktionieren würde. Also war ich es. Ich tötete. Die Bestie aus dem Wald. Und meine Nüter auch. Und ihren Bastard von einem Vater. Das ganze Dorf. Und mich auch. Alles mein Fehler. Was? Du hast gerade noch erzählt, die Feenwesen hätten das gemacht. Und da hätte ich aber echt gewissen wollen, warum sie das gemacht haben sollten. Ich tötete die Bestie aus dem Wald. Was meinst denn du? Ich verdiene keine Ruhe. Der Dorfersteher. Er ist alt wie ich. Bring ihm diese Münzen. Schenke sie ihm. Schenke ihm die letzte Ruhe. Ich bleibe hier. Das ist ja erstaunlich einsichtig für seinen Zustand. Wo hast du gelernt, Leute zu verfluchen? Nirgends. Nur eine Legende. Uralt. Alle wussten das. Aber nein. Warte. Jetzt erinnere ich mich. Ich hatte einen Traum. Eine Jungfrau. Sie sagte mir, ich solle die Namen auf die Münzen ritzen. Sie in den Brunnen werfen, um der Gerechtigkeit genüge zu tun. Ich hielt sie für ein gutes Omen. Das ist genau die gleiche Jungfrau, die im Traum auch Nüter erschienen ist, die daraufhin eine Münze im Namen ihres Vaters. Angefertigt hat. Wer außer dir hat Wilber noch verflucht? Der tote Mann starrt auf die von anderer Hand gravierten Münzen. Hä? Ich weiß nicht. Das muss doch Singular sein. Start auf die von anderer Hand graviert T Münze. Denn zwei, Kalitropsia und Wilber, zwei sind von ihm. Und die zweite Wilber-Münze ist von Nüter. Ich habe noch einige Fragen an dich. Wortlos gehen. Was? Der tote Mann keucht hilflos und streckt seine Arme nach dir aus. Greift der jetzt an? Ne. Oh, Moment. Die Queste wendet sich wieder. Ob schon es in dieser Geschichte keine guten zu geben scheint, können wir nur einen der beiden erlösen, Dorsey oder Wilber. Der andere muss einfach warten, bis sich Pharasma seiner würdigen Seele erbarmt. Um den untoten Dorsey zur letzten Rube zu betten, müssen wir seine Augen mit den Münzen bedecken, die er selbst eins in den Brunnen geworfen hat, um jemanden anderen zu verfluchen. Schändlich. Verdient er unsere Hilfe überhaupt? Es wäre möglich, dass er schon genug gelitten hat. Aber er hat ja selber gesagt, dass er das nicht will. Der wandelnde Tone verflucht die Feenwesen und bittet uns um zwei Münzen, um seine Augen zu bedecken. Ich möchte aber wetten, dass es mit irgendwelchen Münzen nicht getan ist. Okay. Vielleicht finden wir ja Nüter auch noch in irgendeinem beklagenswürdigen Zustand. Dringilein, guckt dann mal bitte hier an dieses Ding. Auf jeden Fall können wir Wilber ja erstmal noch erzählen, dass wir hier Dorsey gefunden haben. Schlossnackenwurf erfolgreich, Schwierigkeitsgrad 20. Segne 2x Schriftrolle, Goldmünzen, Trankleichte Mundenheilen, 3x Leichte Mundenheilen, Schriftrolle und Säurepfeil. Und hier unten habe ich jetzt irgendwie durch das nochmal geladen, im letzten Teil, das eine Ding nicht gepflückt in einen Pilz. Das wird nachgeholt. Danke. So, das sind die Tatzelwürmer. Komisch, dass die Hexe hier, die alte Zause von diesem ganzen Theater mit dem Brunnen und dem Dorf und so alles gar nichts weiß, gar nichts erzählt, was ich gar nicht darauf ansprechen kann. Oh, kein Verscheck. Da. Schwierigkeitsgrad 24. Wobei, die muss eigentlich offensichtlich, diese Truhe... Ei, 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 ei. Gebt da mal weg, da ist eine Falle. Wer weiß, was das für eine Falle ist. Das will ich mal mir angucken, ob du prepared bist, mein Lieber. Tatsächlich. Schwierigkeitsgrad 22. Und Schloss 25. Ui, 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 Tiffi. Da finde ich einen magischen, schweren Streithammer. Das ist was für... Ne, gar nicht wahr. Ich würde gerade sagen, ähm, Harim, aber der kämpft mit Streitkolben. Das ist nicht das Gleiche. So. Hinten ein kleiner Steg zum Weiher. Und überall Ratten. Ei, ei, ei. Da, wieder Pflanzen. Ah, das sind jetzt düsterbeeren. Eine derart seltene Sumpfpflanze findest du auf keinem Markt der Welt. Ein Kenner zahlt ja bestimmt einen guten Preis. Aha. Ich soll ja drei Pfündel von jeder Pflanze sammeln. Wo die Schlammblätter wachsen, weiß ich ja schon. Haben wir vor einer Handvoll Episoden rausgefunden. Ui, das ist ein bisschen so in der Riesenteckel wieder. Stopp, 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 stopp. Ähm, speichern. So, Michel. Ich glaube, ich muss Valerie, Amiri, ach, wie auch immer sie heißt, muss ich auch in den Fernkampf packen. Die kann da vorn nicht mehr hin. Das ist ja nicht gerade schon in die Hose gegangen. Ähm. Da. Dann hätte ich gern den Michel uns vor Säure schützen lassen. Share your Troubles. Hahaha. Oh. Das ist ja wunderschön. Da. Macht der was? Oh, der macht. Bumm. Schuss. Attacke. Du machst hier den da. In einer Tour. Attacke. Du machst irgendwas, damit du nicht vorrennst. Wo ist ein Hundi? Hundi beißt mit. Eck und Dario schießt mit. Und Amiri schießt auch mit. Aber halt, ja, Fernkampf. Tristan, geh mal da hin. Heilung. So. Alle Fernkämpfer. Hundi ist es nett gemeint, aber eigentlich musst du da helfen. Tut mir leid. Er muss deswegen dort mithelfen, weil, ähm, sonst Trinky keine hinterhaltigen Angriffe auf diese fetten Schnecken machen kann. Weiter. Gut. Und alle dort. Oh, kritischer Treffer 61. Sowas will ich nicht lesen. Wer war's denn jetzt zuletzt? Eck und Dario wieder. Ja, macht echt sein Ding. Der arme Hund. Mann. Da muss ich ja einstecken. Hat doch nicht mal einen Namen. Share your troubles. Da ist ein bisschen was hier. Das ist noch eine Düsch zur Beere. Und da oben, ich weiß nicht, ob das ein Geilversteck war. Ist vermutlich ein Geilversteck, oder? Ja. Da oben gibt es unter einem Baumstumpf. Einmal Schwindel der Armsteen des Ritters. Das ist schön. Und Geschenk der Druade. Und nochmal so ein paar, äh, Kräuter hier. Düsterbären. So, Düsterbären habe ich jetzt, äh, drei. Schwindelkopf hatte ich auch drei. Also mehr als drei sogar. Und irgendwie habe ich die alte Zau so verstanden, als ob ich da jeweils drei finden soll. Von diesem Zeug. Das habe ich, glaube ich, geerntet. Ja. Dann ist hier oben, äh, alles abgearbeitet. Das ging jetzt hier nochmal an den Felsen. Und dann hier die Geschichte mit dem Satür und so. Da war ja auch eine Druade oben. Ich könnte mir vorstellen, dass das Kalitropsi ja ist. Und da bekommt die ganze Geschichte vielleicht nochmal eine andere Wendung. Weil ich, was ich bei dieser ganzen, äh, Schmeiß, ähm, Münzen in den Fluchbrunnen, äh, Geschichte nicht verstehe, ist, wer eigentlich diese junge Frau in dem Traum von Nyta und von Dorsey gewesen sein soll. Ähm, die dort, ähm, diese Geschichte ins Rollen gebracht hat. Das könnte natürlich auch die alte Zausel gewesen sein. In jungen Jahren. Aber warum? Dahin? Das ist nicht weit. Oh, nee. Ein Hodakbaum, Hirte. Irgendwie war er noch nie tot. Scheiße. Stopp. Mein Speichern. Was kann der wohl? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Ich bin restless. Dann mach mal hier. Ja. 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 Wir probieren's mal. Ich hab keine Ahnung, was der drauf hat. Ähm. Ja, Schutz vor Säure. Hm. Ist der alleine? Es sind zwei. Scheiße. Äh, ich weiß nichts über diese Viechter. Die scheinen Hölzern zu sein. Spricht dafür, dass sie vielleicht gegen... ...feuer ganz empfindlich sind, aber... ...sicher sein kann ich mir da nicht. Der schießt daneben. Ich weiß es nicht. Wirf halt auch bloß mit fünf. Alle versuchen mal, sich auf eine zu konzentrieren. Und du machst es mal nicht mit dem Kältestrahl. Du versuchst mal mit ein bisschen zu hauen. Und Michael kommt schon mal ein bisschen nach vorn. Gibt mal einen Segen. Oje, oje, oje. Hol die schon weg. Und immer weiter heilen. Das kannst du jetzt in Reihe machen. Das ist nämlich schwierig. Der eine ist immerhin schon verwundet. Trinkgel. Probier's mal mit Gemütlichkeit an so einem Trank. Alchemistenfeuer. Amiri down. Toll. Noch einen. Michael, du heilst. Ja? Ja. Okay. Trinkgel macht ordentlich Schaden mit den hinterhältigen Angriffen. Mit dem Alchemistenfeuer. Das würde ich gerne beibehalten. Die scheinen auch so Hölzern zu sein. Vielleicht ist es tatsächlich irgendwie eine Schwäche von denen. So Feuer und so Kram. Na, einen haben wir nur runter. Und dann Attacke. Du auch nochmal. Hier. So, der Michael hat sich ausgeheilt. Stopp. Bleib stehen. Das heißt, der eigentlich nicht untersucht. Schwierigkeitsgrade. Muss man irgendwelche Würfe bestehen oder was? Oder wie? So. Michael. Da gibt es verschiedene Helden, denen es nicht wirklich gut geht. Wir hatten da 34. Ekundario. Meine Fresse. Ähm, Michael. Heilung. Und so. Na, es war ein Thema. Es war immer ein Thema. Warte mal. Du kannst doch schwere Wunden heilen. Ihre Schriftrolle benutzen, oder? Das kriegst du doch viel besser hin. Denn du hast magische Gegenscheid benutzen. Drei. Und er hat 12. Aber das ist ja dein Heilgedöns. Das musst du eigentlich besser können. Hoffe ich. Ähm. Amiri vielleicht? Oh, der war gut. Ding hier. Nochmal. Nochmal. Okay. Michel, bleib stehen. Ich weiß nicht, was du tust. Ich will es auch besser gar nicht wissen. Valerie. Schwere Wunden heilen. Okay. Es ging ja doch weniger schlimm, als ich dachte. Jetzt kann man hier irgendwie was machen? Oder so? Nee, kann man nicht. Kann ich die irgendwie untersuchen? Oder was muss ich denn tun, um hier was zu wissen? Tja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Baumhirten sind weg. Ah, hier. Geschenk der Dryade. Und hier geht es runter an diesen Giftsumpf. Den kann man aber gar nicht runterlaufen. Aha. Naja, sie waren ja halt feindlich. Pech gehabt. Wenn die jetzt irgendwie neutral gewesen wären, hätte ich sie vielleicht nicht angegriffen. So. Ja, ich brauche hier eine Rast. Das geht nicht anders. Das ist die Karte, auf der ich mit Abstand am meisten gerachstet habe bisher. Macht euer Ding. Was habe ich denn jetzt für eine Scheiße? Ein Schreckensgift, Wolf. Super. Ganz schnell auf dich selbst. Das zaubern. Oh, eh. Geht's doch auf 33. Nächste macht es natürlich auch. Ihr seid so ekelhafte Fiefer, wisst ihr das. Ich habe null Mitleid. Halt'n. Danke. Super. So. Hier. Weiter. Valerie sagt, in euren Worten und Taten erkenne ich Edelmut. Gut. Ich glaube nicht, dass ihr aus bürgerlichem Hause stammt. Und die Contario antwortet. Hat Abstammung irgendeine Bedeutung? Was ich bin, verdanke ich ausschließlich mir selbst. Ah, so ganz schön was nicht, aber ist schon. Überwiegend würde ich ihm schon recht geben. So. Schwein gehabt. Nichts passiert. Ja, und dann fehlt mir. Ach so, hier gibt es auch so Gipfel. Ja, hier der ganze Bereich. Ich weiß ja, dass hier oben die Satyren und die Triale steht. Kali tropft sie ja vielleicht sogar. Und ob man hier auf diese Absätze hochkommt, das ist noch nicht wirklich sicher. All according to plan. All according to plan. Moment, weil ich mal kurz meine Kopfhörer ein bisschen leiser machen. So. Kommt mal mit hier. Hält nicht. Ich, hallo, ich kriege doch die ganze Zeit schon. In due time. In due time. Ach, hier waren ja diese anderen Sachen. Stimmt, hier. Diese Bärchen. Ne, ähm, Schlammblatt heißt das. Michel. Du hast, also Michel hat die höchste Naturkundeprobe, richtig? Also Naturkundewert. Wir wissen, Natur 11. Da kann Amiri mit 10 nicht mithalten. Und Eko und Dario mit 10 auch nicht. Na dann, Michel, mach dein Ding. Gut. 33 Erfahrungen. Wieso gibt denn das 33 Erfahrungen? Schwierigkeitsgrad 27. Au. Au, ja, Schwein gehabt mit einer 20 jetzt gerade. Deswegen hast du dich auch so gefreut. Ei, 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 ei. Wie viel brauche ich denn davon? Also, die hat von drei Bündeln gesprochen, die alte Zause, wenn ich mich richtig entsinne. Ich habe, äh, das sind hier Schwindelkopf, habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal gefunden. Düsterbären aber nur dreimal. Warum eigentlich? Habe ich die anderen Düsterbären nicht gesehen? Moment mal überlegen. Ähm, bei Schwindelkopf war das Problem, sie zu entdecken. Man musste eine Wahrnehmungsprobe bestehen. Und zwar am Anfang auch eine ziemlich hohe. Es war auch eine 27er-Probe, stelle ich gerade fest. Das Problem bei Schwindelkopf war es, sie zu finden. Das Problem bei Schlammblatt ist es, es zu pflücken. Das ist übrigens ein Pilz, das hätte ich nicht gedacht. Na gut. Was war das Problem bei Düsterbären, dass es da nur drei gab, oder was? Die standen ja einfach so rum, der diesmal hingegangen hat, die gepflückt. Fertig. Warum finde ich... Moment mal, wie viel Schlammblatt gibt es hier? Ich habe ja schon alles befriedet hier in der Ecke. Das ist also nicht so schlimm, wenn der Michel da mal alleine loszieht. Hier habe ich drei. Da oben ist eine vierte. Und noch eine fünfte. Fünf. Und war da hier unten, wo der Walk war, da war nicht mehr so viel richtig? Oder war da überhaupt noch was? Jetzt habe ich wieder den Bug, dass ich... Also ab und zu kann man klicken und der Charakter reagiert nicht. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Das passiert bei einzelnen Charakteren, genauso wie bei der ganzen Gruppe. Ich glaube, hier war sowas nicht mehr. Also, ich habe sechs Schlammblatt-Teile. Eins habe ich gepflückt, mit viel Glück. Und eins war jetzt hier. Und weitere fünf sind auch zu pflücken. Mal kurz speichern. So. Ist die Probe hier auch eine 27er-Probe, oder wird die dann einfacher nach dem ersten Mal? Fehlgeschlagen. Es bleibt eine 27er-Probe. Das ist heftig. Da musst du mindestens eine 16 würfeln. Wow! Das ist echt krass. Was sagt mir das jetzt? Ich muss mindestens drei von diesen Dingern haben. Weil ich drei Bündel brauche. Und die drei Bündel kriege ich nur deswegen. Also, ich bekomme nicht mehr als drei Bündel, weil ich die Düsterbären nur dreimal gefunden habe. Wobei ich nicht sicher weiß, ob ich nicht vielleicht noch irgendwo Düsterbären hier finde auf der Karte. Oder vielleicht da, wo mich die Hexe hingeschickt hat. In diesen Schlamm-Fuhl. Ob da nicht vielleicht auch solches Zeug wächst. Deswegen wäre es in jedem Fall sinnvoll und vorteilhaft, wenn ich sämtliche Schlamm-Blätter pflücken würde, die es gibt. Und das hieß, ich muss jetzt etwas tun, was ich eigentlich ungern tue. Aber ich glaube, ich mache es trotzdem. Nämlich Safe Scamming. Heißt das so? Ich vergesse immer diesen Begriff. Also, immer wieder speichern und laden, solange bis das Ergebnis passt. Also, laden. So, dann habe ich jetzt hier das zweite Ding auch. Gut gewürfelt, eine 17. Genau, eine 16 brauche ich ja mindestens. Und jetzt würde ich halt, wie gesagt, immer speichern vor jeder Pflanze. Und dann solange laden, bis der Michel es jeweils schafft, diesen Wurf zu machen. Das wird mich im Zweifelsfall pro Blatt, ich würfel mit dem W20, brauche mindestens eine 16. Also brauche ich im Schnitt statistisch gesehen vier Versuche pro Blatt. Genau, und weil das ein bisschen doof ist, übersprich das als im Video. So, der Hase ist laut, meine Güte. Und groß. Ich habe jetzt diese sechs Stammblätter tatsächlich. Speichern. War jetzt gar nicht so schlimm, ich habe echt gut gewürfelt. Also, ich hätte ja für die verbleibenden fünf mal vier zwanzig Versuche gebraucht. Und dann mache ich mal gucken. Das waren gar keine zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, vierzehn. Hallo. Spiel. Wie komme ich denn hier runter und hoch? Ach, das war alles. Ja, also wie gesagt, war nicht so wild. Waren weniger als 20 Versuche. Jo, jetzt habe ich diese sechs Pilze. Jetzt habe ich diese drei Bündel ja zusammen. Und wenn ich jetzt das zur Hexe bringe, heißt das ja nicht, dass dann die Düserbären verschwinden, die es vielleicht noch auf der Karte gibt, oder? Aber trotzdem mal geschaut, komme ich hier oben eigentlich hoch, auf diesen Berg hier links. Gibt es da eine Möglichkeit hoch zu krauchen, zu krabbeln, zu klettern, zu kriechen? Nö. Oder ich muss ja wieder irgendwo so eine Aktion machen. Athletikprobe, Beweglichkeitsprobe oder so. Ist aber auch nicht der Fall. Aha, also ist da wohl erstmal nichts zu machen. Nö. Und auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite, hier oben auf dem Gipfel. Die Gipfel finde ich deswegen so interessant, weil die halt in der Nähe der Standorte der bisherigen Schlammblätter sind. Wobei Schlammblätter ist ja gar nicht das Thema. Ich brauche Düsterbären. Ich müsste eigentlich da nachgucken, wo ich die Düsterbären gefunden habe. Vielleicht habe ich da ja welche übersehen. Das ist ein guter Punkt. Also Helden, falls wir Düsterbären übersehen hätten, rein theoretisch. Die Düsterbären waren hier oben irgendwo. Geht hier nochmal hin. Wir gucken nochmal nach Düsterbären. So, sperrt eure Augen auf. Hier oben gab es Düsterbären. Wobei, also ich möchte fast wetten, dass ich wirklich genau drei Bündel von den Düsterbären finden kann. Allerdings frage ich mich, wieso ich dann von den anderen Kräutern mehr als drei finden konnte. Das war glaube ich irgendwie diese Düsterbären. Diese blauen Dinger da. Also. Die da. Ja. Das habe ich mir gemerkt, das eine. Diese Schnecken, die gehen auch nicht weg. Das ist ekelhaft. Hier waren welche, genau. Und es regnet. Super. Ja, ich glaube, mehr Düsterbären als die, die ich gefunden habe, kann ich hier nicht finden. Zumindest nicht auf dieser Karte. Das heißt ja nicht, dass ich nicht in einem anderen Sumpf oder an anderer Karte nicht solche Dinger finden kann. Oder vielleicht beim Händler welche zu kaufen bekomme. Deswegen gehen wir mal zu der alten Zausel. Mal schauen, was die, die hier im Regen steht, mir jetzt zu sagen hat zu diesen Kräuterbündeln. Die alte Zausel. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ihre Augen verengen sich zu schlitzen. Was seid ihr? Ein Dieb? Ein Bandit? Sie muss natürlich und zischt. Zölle mit euch, wenn ihr ein Steuereintreifer seid. Ihr die Kräuter geben. Hier sind eure Kräuter. Jeweils drei Bündel. Das war, glaube ich, ein Level ab. Die alte Flau klatscht in die Hände und entblößt dabei ihre braunen, schiefgewachsenen Zähne. Das ist großartig, Junge. Habt ihr lange gebraucht, um sie zu finden? Gebt sie her. Ich kann sie gut gebrauchen. Ach, die kauft mir das einfach ab, das Zeug. Mehr macht die gar nicht. Aber drei Bündel? Dafür bekomme ich 400 Goldmünzen. Das ist aber auch ein komischer Preis. Drei Satz Erfahrung. Als sie ihre neuen Kräuter verstaut hat, wirkt sie etwas freundlicher. Sie schenkt ihr sogar ein zahnloses Lächeln. Womit mal, gerade hieß es noch, sie hat schiefe Zähne und jetzt hat sie zahnloses Lächeln. Das ist aber komisch. Wenn das keine angemessene Begrüßung ist. Der Austausch von Gefälligkeiten. Ihr helft mir und ich helfe euch. Also, was wolltet ihr doch gleich wissen? Fragt nur, ich kenne die Gegend. Gut möglich, dass ich euch helfen kann. Oder braucht ihr vielleicht eine Getränke? Sie sind nicht billig, aber nicht so teuer, dass ihr sie euch nicht leisten könntet. Und sie erfüllen ihren Zweck. Ja, das tun sie. Ach, jetzt ist sie plötzlich handzahm. Ich frag sie mal. Ach, ich kann sie nach den Münzen fragen. Seht euch diese Münzen an. Wir haben sie auf dem Grund eines Brunnens gefunden. Uck, das ist ein fauler Zauber. Sie spuckt auf den Boden. Ich weiß zwar nicht, was für ein Zauber das ist, aber er fühlt sich an wie ein Fluch. Oder etwas noch Stimmeres. Bleibt mir vom Leib. Okay. Was ist hier passiert? Ich habe keine Ahnung. Früher gab es hier ein Dorf. Brave Leute. Wohlhabend. Aber ganz und gar nicht großspurig. Zwischen ihnen und den Feenwesen herrschte Frieden. Sie feierten sogar Feste mit ihnen. Aber das ist lange her. Mindestens sechs oder sieben Dutzend Jahre. Woran sie zugrunde gingen, weiß ich nicht. Ich habe allerdings eine Vermutung. In den dunkelsten Nächten kommen seltsame Geräusche aus den Tiefen der Wälder. Ein Knistern und Ächzen, als würde ein mächtiger Baum seine Wurzeln strecken und seine Äste wie Knochen schütteln. Irgendetwas lebt dort. Eine Kreatur, die die Menschen und Feenwesen vertrieben hat. Das ist der Sensenbaum. Was wollt ihr für eure Tränke? Ich habe einen Händler. Sumpfbouquet. Okay, das müssen wir uns ja nochmal anschauen. Sie hat Schriftrolle hast. Das ist schön. Geh mal durch. Was hast du denn an Waffen? Du hast einen Eiskampfstab plus zwei. Du hast an Rüstungen gar nichts. An Ringen hast du einen Schutzring plus zwei. Also ist der eine Ring, den ich gefunden habe und noch nicht identifizieren konnte. Ja, da ist ebenfalls ein Schutzring plus zwei, weil das Symbol gleich ist. Gürtel der Größen und Konstitutionen. Natürliche Rüstung. Das kenne ich alles, diese Teile. Schriftrollen. Tränke hat sie. Vampirgriff habe ich noch nicht gesehen. Was ist denn das? Du brauchst einen erfolgreichen Berührungsangegriff im Nachkampf. Deine Berührung versorgt ein D6-Punkte Schaden für jeweils zwei Zauberstufen. Du erhältst vorübergehende Trefferpunkte. Das heißt hier vorübergehend. Beutel mit Federtoken. Ah, das habe ich schon mal gefunden. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Das könnte aber irgendwann wichtig sein. Ich muss mir merken, dass die noch so ein Ding hat. Oder fünfmal hat sie das sogar seit fünf dieser Teile. Aha. Und über Transplantation und Körpergifteband 1. Das kenne ich schon. Es ist leider nichts dabei, was mich jetzt komplett vom Hocker haut. Und Alchemistenfeuer hat sie leider auch nicht. Geschwere Wunden verursachen. Das wäre ein Heiltrang für Jethal. Okay, gut. Schön, ja. Questbuch. War das ein Bodengang, den ich hier hatte? Ich muss jetzt mal wegklicken, das sind diese uralten Sachen. Svetlana's Ring, fangen wir mit mir an. Wundradies, Tempel des Elchs, Schlitz, Zahn, Tod, allen Worx. Hier, Sumpf-Poket tatsächlich. Jeweils drei Schlammblätter, Düserbären und Schwindelköpfe zu der alten Zausel in der Nalmark bringen. Ja, wenn ich noch weitere Düserbären finde, kann ich das nochmal machen, falls das nochmal geht. Und hier, Pilze aus dem Schlammblätter, ist auch ein neuer Bodengang. Das habe ich auch gar nicht so richtig begrafft. Pilze aus dem Schlammblätter, Zähne, Rasselkappen aus dem Schlammblätter, zu der alten Zausel in der Nalmark bringen. Wer weiß, wie sie sich dann erkenntlich zeigt. Also, nicht so, wie ihr das jetzt denkt. Da legt Trinkiel nicht so viel Wert drauf von ihr. So, Bodengänge, genau. Das ist also ein Bodengang. Habe ich auch noch nicht gerafft. So, danke. Schön. Das wäre abgeschlossen. Und die Helden stehen im Regen. Und das bleibt auch so. Denn weiter mit Helden im Regen und Sumpf, also nass von oben, nass von unten, geht zum nächsten Teil. Bis dahin. Bis dahin.